Zwischen der Lieferung Ihrer Waren oder Dienstleistungen und der Bezahlung liegt häufig ein zeitlicher Abstand. Somit gewähren Sie als Unternehmer Ihren Kunden bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung einen Kredit. Zahlt Ihr Kunde nicht oder zu spät, springt die Warenkreditversicherung ein, die deshalb auch Forderungsausfallversicherung genannt wird. Durch diese Versicherung vermeiden Sie, dass das Geld in Ihrem Unternehmen knapp wird und schlimmstenfalls sogar die Insolvenz droht. Mit einer Forderungsausfallversicherung sichern Sie Ihre eigene Liquidität. Darüber hinaus reduziert sich Ihr Aufwand, die Zahlungsmoral Ihrer Kunden zu überwachen und vor allem Ihre Außenstände einzutreiben. Bei der Erschließung neuer Absatzmärkte können Sie Risiken im Vorfeld besser einschätzen. Um Ihre Liquidität zu sichern, sind Sie in der aktuellen Krise noch dringender auf eine konsequente Realisierung Ihrer Forderungen angewiesen. Bei einem Zahlungsausfall von 10.000 Euro ist bei einer Umsatzrendite von beispielsweise 8 Prozent eine Umsatzsteigerung in Höhe von 125.000 Euro erforderlich, um den Ausfall wieder auszugleichen. Sollte sich die wirtschaftliche Lage in Zukunft verschlechtern und sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen erhöhen, sichern Sie mit einer rechtzeitig abgeschlossenen Forderungsausfallversicherung Ihre Einnahmen. Sorgen Sie heute vor, damit morgen kommen kann. Wir sind für Sie da.